Aktuell der Stand im Outlet ist, auf der Nordseite sind wir an den temporären Parkplätzen vorbereitet. Nachher werden wir in den Süden gehen und die temporären Parkplätze vorbereiten. Das dauert bis ca. Mitte Juli und ab dann werden wir auf der Südseite anfangen, den Rückbau der bestehenden Garagierungsanlage vorzunehmen und dann mit den Tiefbauarbeiten, Werkleitungen und Hochbau entsprechend weiterzufahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017